Du Penner. Ich hoffe, sie fassen den Tod hier. Was soll denn das? Ich glaube, sie sind cool. Ich glaube, sie sind cool. Ich glaube, sie sind Bros. Und Scheiden hat mich geirrt. Hier war ich. Ich will mal diesen Ort sehen. Einfach nur von innen mal gucken, wie das mal aussieht. Oh, hier war das, ne? Oh, ich habe ein Ding angestellt. Jod. Ui. Die sind cool drauf. Also, um ihren Gast-Overlaut scheinen sie nett zu sein. Erst mit ihnen scheinen sie fies zu sein. Willst du ein Ding holen? Wenn sie so ein Ding haben, wahrscheinlich schon, aber ich habe kein... Ich frage mich, wo sind ihre Gast-Overlauts jetzt hin? So, sie sehen wichtig aus. Kann ich mit dir reden? Hi Ich geh, tschau Hahaha Ne, 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 ne Ich riskiere nix hier Gehe sofort Kein Abwarten Kein Versuchen Hi Mein Ausgang ist ersperrt Tschüss Ich mach diesen Ort mal Wie spannend hier aus Ja, so nennen wir es spannend Nicht gefährlich oder Angst entflössend Ne, spannend Und ist ein gutes Wort Oh Ne, da ist gruselig Aber es scheint eine Art Festung zu sein Nur da gibt's nix Es gibt halt Piggis Aber das war's auch Mein Äh, wo war ein Portal normal Da doch noch Oder Ach, hier ist ein Portal Äh Äh Nope Portal da oben Ich glaube nicht Jetzt trotzdem versuchen wir Ich glaube nicht, dass es oben war Oh Oh Wo ist mein Portal hin? Oh nein Mein größtes Albtrums war geworden Ich habe ihn verlaufen Mami Ich meine, der Vorteil ist jetzt nichts, was ich töten möchte gerade, aber Warte da oben Hier lang Hätte mehr Sachen aufstellen sollen Nope Portal Da ist es Oh Ach da Oh, heiliges Ich Ich habe ihn gefunden Ist gut, ich komme hier raus Ich komme hier raus Mami Ich komme nach Hause Mom, I'm coming home Tell Grandpa Tell Grandpa I'm coming home Und dann nächstes Mal gehe ich in die Richtung, würde ich sagen Ja Oder die Festung Ich könnte auch in die Festung gehen Okay, wie ist der Zeitfallgang hier? Gar nicht, wie ich sehe So okay Ups Ups Hier bin ich jetzt Okay Ja So Einiges passiert Nachteil Ich habe jetzt leider keine Spitzhacken mehr Denn ich habe mich ein bisschen verausgabt Vorteil ist Ich habe eine Menge an Sachen gefunden Menge goldfrei Und Schwarzstein Politer Schwarzstein Ziegel Und Rissige Politer Schwarzstein Ziegel Was das für mich heißt Keine Ahnung Ich habe sie Das ist toll So reich Führt das eine Höhle Es führt In eine Art Höhle Ich weiß nicht, wie ich das als Höhle bezeichnen würde An sich Aber es führt in eine Art Höhle Okay Also Erstmal würde ich sagen Nein Das ist nicht eine Höhle Das ist ein Witz Aber Was weiß ich schon Das kann eine Höhle sein Ich habe keine Ahnung Von daher vertraut mich mir Was die Pfeile jetzt bringen Weiß ich auch nicht genau Was bringst du? Oh, sie leuchten jetzt Also sie leuchten Sie bringen das Was ich treffe Zum Erleuchten Ist das richtig? Oh ja So ein Umgross Cool Big S Was bringt bin das, wenn ich fragen darf? Federn Federn Danke Braucht Federn Es tut mir leid Ich wünsche ich könnte Fehler anders kriegen Aber ich glaube es geht nicht Wenn ja Sag es mir gerne Hey Fünf Federn Ich kann mir mehr Pfeile basteln Hurra Ja Mehr Pfeile Mehr Leuchtpfeile vor allem Was soll mal nach Leuchtpfeile bringen Ungelogen Ich habe keine Ahnung Oh ja Das war der Spalt Den ich nicht überspringen sollte Wenn ich leben möchte Und ausnahmsweise will ich leben Ich muss auch bald nach neuen Edelsteinen suchen Ich habe keine mehr Ich brauche welchen Zaubertisch Ich habe viel Schwert Ich gehe jetzt wohl bald als Edelsteinfarming Yay Er ist immer noch da Was willst du auf meinem Grund und Boden? Weg Du Eindringling Du Du mich auch Du kannst mich auch mal Ein Plan was es heißt Aber er kann mich auch mal Wenn er so will Dann kann ich auch so Frage ist ja nur Wo ich hingehe Welche Höhe Ich meine Auswahl habe ich genug Ich könnte ein bisschen ausreiten Das wäre auch eine Idee Ich muss halt nur Wissen wo ich hin muss am Ende Ich könnte einen großen Turm machen aber Oder ich arbeite langsam am Leuchtturm Das war auch eine Idee Weil Ich müsste eigentlich alle meine Schafe nur schwarz und weiß wieder färben Und dann ganz oft Ganz oft Gartens oft Ernten Und ich muss wieder Bienen sammeln Ich habe keine Bienen mehr Ich habe leider keine Bienen mehr Weiß Tragödie Weiß ist eine wahre Tragödie Ich bin nur Geht los Ja Äh Stieß Und äh Das kommen wir uns rein Erde 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 Nicht Nicht Best Das kommt hier rein Doch genug Davon diesen neu ich habe diesen neu lausd und und davon habe ich jetzt genug die trufe ich packe die truhe gleich mal hier rein weil ich glaube die braucht der erste zweite cool habe ich hier das ist fertig denke ich mal aber ich sei kein gefunden bisher weil ich nicht in hülle gegangen bin 11 ist nicht schlecht es ist eigentlich gleich mal so schlecht ich denke jetzt brauche ich noch ich brauche jetzt die feuersteine einmal wo wir sind habe ich schon sehr gut auch einmal